Yo Leute, wir sind wieder MrVlogger am Start. Ja, heute mal alleine, weil Marlon wurde vom Campplatz runtergeworfen. Wie gesagt, wir werden ihn nie wieder sehen. Egal was passieren wird, wir werden ihn nie, nie, nie wieder sehen. Max war in den letzten beiden Wochen nicht da. Und ja, ich konnte keine Videos aufnehmen mit den beiden. Und wir haben halt beschlossen, dass wir halt eigentlich nur Videos mit zusammen aufnehmen. Aber das ist jetzt glaube ich mal eine Ausnahme, weil wir haben halt, ja, vor ein paar Wochen erst das letzte Video hochgeladen. Und ja, jetzt ist gerade jemand hier auf dem Campplatz. Und ich warte und warte und spiele mit Steinen. Hier, das ist, weil ich spiele Steine. Ja, ich warte die ganze Zeit. Bis sie da hinten noch kommen. Aber juckt ihr keinem. Ja, auf jeden Fall. Das wird ja erstmal so ein Ausgleichvideo, damit ihr wisst, dass wir noch leben. Und ja, schreibt mal. Hashtag RIP Marlon. Ja, Hashtag RIP Marlon. Und RIP Max. Oder einfach Hashtag RIP MrVlogger Team. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sag ich, euer Maxi. Ja, ciao. Ja, ich bin's. 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 Ja, ich bin's.